Sprache Deutsch, die Sprache Deutsch, eine Aua-Sprache, die Sprache, Verordnungen, Erlasse, Gutachten, Rezepte, all diese Paragrafenwortformen machen, dass die Straßsprache jammert, dass die, die Sprache sprechen, jammern, unterdrücken das Deutsche, in dem Gott so deutlich ist. Leere, verlehrte Versprechungen, trübe Blasen, all das lastet auf der Sprache, die zum Gefängnis der Menschen geworden ist, die sie anbinden. Au 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 Au, jetzt gehe ich mal da rein, mal sehen, was da passiert.